Ich suche etwas ganz schönes für den Muttertag, für meine Mami. Ja. Ist nicht heute irgendwelche Neuheiten? Ja, auf jeden Fall. Dürfst du gleich mal dort rüber gehen. Das ist das, was wir ganz ganz neu haben bekommen. Das ist so ein bisschen eine Kollektion mit den Libellen. Das ist schön im Roségold. So weiss ich, das ist Roségold, Silber. Eher Silber. Eher Silber, also. Sie haben zum Beispiel hier auch noch die schönen Blümchen. Das wäre gerade im Set der Ohrstecker, so wie auch das Halsköttelchen. Ja. Oder dann, wenn sie eher ein wenig länger sein dürften. Mhm. So in dir die Richtigung. Ja, das Köttelchen gefällt mir sehr gut. Darf ich es mal probieren zu schauen? Ja, für den Fall. Ich würde es gleich mal anpacken. So. 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 Und die Ohrstecker würde ich auch noch bereit machen. Ja. So. Danke. So. Dann lasse ich euch das hier. Hier ist der Spiegel. Danke. So. Ja, es ist wirklich ein ganzes Schönes. Es ist wunderschön. Man kann so gut verstauen. Also wenn sie es ein wenig länger haben will, ist es kein Problem. Ja. Ja, das ist wirklich sehr geäbig. Also mir gefällt es sehr. Aber ich weiss nicht, ob es meiner Mama gefällt. Es ist immer so kleine Sachen. Ja, mit Geschenken. Genau. Genau. Sonst müssen wir im Moment ein neues Schaufenster machen. Unser Muttertagsschaufenster. Ich weiss nicht, ob die mit eurer Mama mal durchlaufen will. Ja. Dann darf sie ein wenig anschauen, was es alles hat. Darf sie auch gerne anrufen. Dann kann ich euch so ein wenig näher beim Fenster zeigen. Oder dann kann ich es mal bei mir anprobieren. Dann weiss sie, wie es aussieht. Und dann können wir noch ein schönes Geschenk verpacken. Ja. Ja, das ist ja gut bei dir. Ja, natürlich. Dann laufen wir mal mit meiner Mama durch. Super, sehr gut. Danke dir vielmals. Danke euch. Schönen Tag. Danke gleich. Ade. Danke. Danke. Danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020